Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr den geheimen Battle Pass Stern der Woche 5 in Season 8 im Spiel Fortnite finden könnt. Wie immer, es wäre übelst nice, wenn ihr mich supportet, indem ihr ein Abo, Like da lasst und meinen Creator Code Kuschel im Item Shop benutzt. Vielen Dank dafür! Habt ihr alle Wochen Aufgaben gemacht, dann müsst ihr einmal in der Nähe des Vulkans gehen. Am besten schaut ihr ganz genau jetzt nach, wo ich lande, damit ihr das nicht überseht, und zwar hier südlich vom Vulkan. Auf der Karte seht ihr hier auch so ein paar pinke oder blaue Container. Dort müsst ihr einmal hingehen und landen. Und hier an der Klippe befindet sich dann der Battle Pass Stern dieser Woche. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Challenge Spielen und bis dann! Tschüss!